und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von ats so da wollen wir schauen wo uns die strecke so überlang führt mit unserer wunderschöne coroza auf liga so da kannst du schön mit dem regen sehr geil let's go spiegel müssen wir nicht einstellen sind soweit gut und alles andere passt auch es es ich es 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ah ne, ist leider komplett zusammen, ja klar bei der Steigung bei 60 Tonnen, das ist natürlich schon heftig. Waaah. Ja. Die Regenatmosphäre mal ein bisschen einfangen hier. 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 Die Regenatmosphäre die Regenatmosphäre mal ein bisschen einfangen hier. 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 Die Regenatmosphäre ja! Die Regenatmosphäre mal ein bisschen einfangen hier. Die Regenatmosphäre mal ein bisschen einfangen hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Oh, ich rutsche auf der Fahrbahn Oh Gott, die Bremse geht nicht mehr Oh Gott, die ZDF, 2020 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 Oh Gott, die ZDF, 2020